In Berlin, in diesem Bundesland, sind wir schon. So ist es jetzt auch gemeint. Bundesland? Das ist doch ein Bundesland, du Vollposten. Bundesland ist Deutschland. Das ist... Berlin ist nur die Hauptstadt. Ach, Bundeshauptstadt, so rum war das ja... Bundeshauptstadt? Egal, ich bin leise. Na gut. Meine... Und ich wollte halt die Tage aufnehmen, was ich so alles im... Oh, super. Lässt ihr gerne Horoskope? Nein. Nee. Gut, dann könnt ihr weg. Ja. Hey Leute. Delsdorf MV ist hier. Normalerweise wollte ich hierzu noch gar kein Video machen, sondern erst, wenn ich wieder da zu Hause bin. Aber, äh... Fjorda Party hat mich dazu... Inspiriert, dass ich das mache. Das können wir ja mit seiner Kamera machen. Also habe ich mich... Warum habe ich dich dazu inspiriert? Werden wir jetzt unter diesen Kommentaren zu dem Video ab nach Berlin. Da hat Fiji aus Rüsselsheim und Henry2k hat dazu was geschrieben. Da zu diesen Kommentaren wollen wir jetzt was beantworten. Oder viel mehr in die Details reingehen. Also als erstes zu Henry2k. Machst du in Berlin ein Fantreffen? Nein. Das mit dem Fantreffen mache ich noch nicht, da ich nur 100 Abonnenten habe. Oder, sagen wir jetzt mal, ein bisschen über 100. Und das ist für mich... In Berlin sind wir ja nicht ganz. In Berlin sind nicht wirklich viele Leute, die uns kennen. In Berlin sind wir ja nicht ganz. Ja, auch. Wir sind ja nicht ganz in Berlin, sondern wir sind ja in Strausberg. Das ist schon eine Stunde Fahrt von Berlin aus noch entfernt. Aber, sagen wir jetzt mal so, in der Hauptstadt in Berlin, in diesem Bundesland, sind wir schon. So ist es jetzt auch gemeint. Bundesland? Das ist doch ein Bundesland. Das ist ein Vollposten. Das Bundesland ist Deutschland. Das ist... Berlin ist nur die Hauptstadt. Ach, Bundeshauptstadt, so rum war das ja. Bundeshauptstadt? Egal, ich bin leise. Na gut. Also das mit dem Fantreffen machen wir einfach noch nicht. Da für mich sind ein bisschen über 100 Abonnenten noch zu wenig. Das würde ich eher so... Meine... Das würde ich erst so bei 1000 Abonnenten machen, ja? Da könnten wir doch mal drüber reden. Wenn ich bei 1000 bin. Wird zwar eine Ewigkeit dauern, aber vorher mache ich auf jeden Fall gar kein Fantreffen, weil es sich auf jeden Fall nicht lohnt. Jetzt zu Fitchi aus Rüsselsheim. Hallo, du hast leider immer noch nichts zu den neuen Formaten gesagt, für die wir Vorschläge machen sollten. Auch das Tanzverbot-Video aus Gewünscht, was gewünscht wurde. Das mit dem Tanzverbot-Video, das kann ich noch machen. Oder das wird noch kommen. Das Problem ist, jetzt bin ich im Urlaub, ja? Da wollte ich jetzt erstmal meinen Urlaub schön genießen, ja? Und ich wollte halt die Tage aufnehmen, was ich so alles im... Oh, super. Seht ihr gerne Horoskope? Nein. Nee. Du, du kürzt sie weg. Ja. Ach du Scheiße, Horoskope, Digga. Mein Kopf weh. Das Tanzverbot-Video kommt auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall, wo ich stehen geblieben bin, ähm... Wo ich stehen geblieben bin, ist... Im Urlaub will ich jetzt gerne die Sachen aufnehmen, was jetzt schön ist, was ich alles erlebe. Und, jo, ähm, will ich die ganze Woche halt ein Video drehen, ähm... Ein Video machen halt, ähm, was wir alle so machen, als, ähm... Also mit meinen Geschwistern und meiner Omi und meinem Opi. Auf jeden Fall, heute gehen wir ja noch Golf spielen, das... Ach, Golf spielen. Bowling spielen. Ähm, denn das Video seht ihr heute Abend. Das mit Bowling. Und das mit Tanzverbot kommt auf jeden Fall noch. Wenn ich dann auch Zeit dazu hab. Denn, hier steht ja noch, hier fühl ich mich... Hier fühl ich mich als der ist doch fancy. Finja, ver... Wo, verarscht. Hier, wenn du dich verarscht fühlst, dann kann ich mich... Dann kann ich... Nichts... Also, dann kann ich mich nicht ändern. Dann kann ich's halt... Dann kann ich's halt nicht ändern. Ich kann halt nichts dafür. Wenn ich keine Zeit hab, kann ich auch kein Video drehen. Ähm, ich hab ein Kind, ich hab zu Hause auch, ähm... Also, wenn ich dann außerhalb vom Urlaub bin, zu Hause jetzt... Da hab ich halt auch... Ich bin heute irgendwie behindert. Nur heute? Auf jeden Fall. Wenn du dich verarscht fühlst, kann ich das auch nicht ändern. Denn... Ich hab zu Hause auch keine Zeit. Ich bin... Äh, bin arbeiten. Ich hab ein Kind, ähm... Ich bin oft draußen, wo ich auch keine Videos mach. Dann bin ich oft auch am Zocken mit meinen Kollegen. Verabredung, Destiny 2, wisst ihr, Destiny 2... Ich bin halt immer mit meinen Kollegen verabredet, ja. Ich würde mir wünschen, du reißt diese nach. Ja, das werde ich auch nachreichen. Ich werde dieses Video auch noch machen. Keine Angst. Nur, wenn ich keine Zeit hab, kann ich's halt nicht tun. Nice. Viel Spaß in unserer Bundeshauptstadt, wünscht dir dein Fiji. Ich bedanke mich dafür, dass du uns viel Spaß wünschst. Und... Hashtag Dales for Kanzler. Hashtag EI MaO. Was weiß ich, was das heißt? EI MaO. Heißt Loving My Ass Off. Alles klar. Hashtag EI... Ich hab auf jeden Fall auf dem Kommentar ein Like dagelassen. Die Videos kommen auf jeden Fall noch. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und... Dann haust rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.